Hallo zusammen, die grünen Minister sind da, sie stehen fest und wenigstens zwei davon wollen wir uns im Hinblick auf ihre Kompetenz genauer anschauen. Nicht nach dem, was meine Meinung ist oder was ich einfach behaupte, sondern nach dem, was sie selbst über sich behaupten. Also, die fünf grünen Minister sind Robert Habeck, Wirtschafts-, Klimaschutz- und Vizekanzler, das neue Superministerium, Außenministerium Annalena Baerbock, Cem Özdemir, Ernährung und Landwirtschaft, Steffi Lemke, Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit, Verbraucherschutz, Anne Spiegel, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dass ausgerechnet das Familienministerium an die Grünen geht, ist ein Desaster für die Familien, aufgrund der katastrophalen Familienpolitik der letzten Jahrzehnte der Grünen, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Wir schauen uns mal hier diesen Kommentar an, in Facebook von dem Aladin El Mafalani oder El Mafalani, keine Ahnung. Ich kannte ihn bis heute nicht, aber es wurde mir gesagt, es ist ein durchaus bekannter Soziologe. Und er schreibt, bei fünf Ministerien mehrere Quoten zu berücksichtigen, ist echt kompliziert. Dafür ist das Ergebnis echt anständig. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist eine Satire, er macht sich über diese Quotenpolitik der Grünen, die bei denen ja sehr stark ausgeprägt ist, einfach nur lustig. Ich durfte mich dann belehren lassen, dass er das gar nicht lustig meint, sondern dass er es tatsächlich als eine Anerkennung meint. Diese Quotenpolitik ist ein Riesenproblem. Das Problem bei der Quotenpolitik ist, die Quote geht über alles. Die Quote geht vor allem über Kompetenz. Und das möchte ich euch jetzt an zwei Beispielen zeigen. Wir haben Annalena Baerbock, die für die Quotenpolitik der Grünen überhaupt steht. Sie ist als Kanzlerkandidatin das Gesicht der Grünen gewesen, nicht Robert Habeck. Obwohl Robert Habeck stärker im Auftritt ist, viel mehr politische Erfahrung im Amt hat, in Schleswig-Holstein, sehr viel mehr Kompetenz aufzeigt, in verschiedensten Bereichen, vor allem jetzt im Bereich Wirtschaft. Annalena Baerbock, keinerlei politische Erfahrung, hat nicht viel zu bieten. Ihr Hauptkriterium dafür, dass sie Kanzlerkandidatin wurde, ist, dass sie eine Frau ist. Unter den Grünen, ich habe Kontakte zu den Grünen, unter den Grünen war das auch sehr bekannt. Robert Habeck hat keine Chance, weil er ist nun mal keine Frau. So, aber jetzt schauen wir uns mal an, sie ist Außenministerin geworden. Außenministerin, das ist kein kleines Amt. Das ist nach dem Kanzler wahrscheinlich das größte Amt überhaupt, das wichtigste Amt. Die Repräsentation der deutschen Politik gegenüber der Welt. Ja, sie ist unser Gesicht in der Welt, zusammen mit dem Kanzler. Das ist wirklich dramatisch wichtig. So, und was sind denn die Themen von Annalena Baerbock gemäß ihrer eigenen Internetseite hier? Ihre Themen lauten Klimaschutz, Kinder und Familie, Kohleausstieg und Brandenburg-Lokalthema. Und dann hat sie noch Themen von A bis Z. Viele andere Themen, die ich so habe, schreibt sie, das sind einfach alle politischen Themen, die ihr euch denken könnt, aufgelistet. Das ist aber nicht realistisch. Ihre tatsächlichen Themen sind also Brandenburg, Kohleausstieg, Kinder und Familie, Klimaschutz. Also hätte vielleicht Richtung Umweltpolitik gehen können, Richtung Familienpolitik. Unabhängig davon, ob mir ihre Politik jetzt gefällt oder nicht. Von Außenpolitik sehe ich hier gar nichts. Null Kompetenz. Erfahrung sowieso nicht. Erfahrung hat sie in keinem Bereich in Regierungsverantwortung. Aber sie hat überhaupt keine Kompetenzen hier. Das hat Themen sie ja nie interessiert. Wie konnte sie denn Außenministerin werden? Der Grund, warum sie Außenministerin geworden ist, ist ganz einfach. Sie war die Kanzlerkandidatin. Sie hat die Macht in ihrer Partei. Sie muss jetzt etwas bekommen. Und was hat sie bekommen? Einen sehr, sehr wichtigen Posten. Nämlich das Auswärtige Amt. So werden bei uns die Posten verteilt. So funktioniert unsere Demokratie. Unsere Demokratie funktioniert nicht danach, dass wir kompetente Leute über die Parteien, über dieses komplizierte System von den Parteien, dann an die Spitze holen. Nein, das ist nicht unser System. Unser System ist, dass die an die Spitze kommen, die eben gewählt werden nach oben. Und wer eben nach oben gewählt wird, kann von Idealen und Wertevorstellungen abhängen, die nichts mit Kompetenzen zu tun haben. Wie im Falle der Grünen. Ihr wichtigstes Kriterium, oder eines ihrer wesentlichen Kriterien, dass sie überhaupt Kanzlerkandidatin wurde, ist eben, und jetzt Außenministerin, ist, dass sie eine Frau ist. Das tut mir leid, das ist Fakt. Kommen wir zu Cem Özdemir. Er ist jetzt Landwirtschaftsminister. Cem Özdemir und Landwirtschaft. Hm, die Frankfurter Allgemeine hat hier sehr euphemistisch formuliert, Agrarminister Cem Özdemir, kein Stallgeruch, aber Promi und Pragmatiker. Kurz gesagt, er hat von Landwirtschaft keine Ahnung, hat da nie etwas gemacht. Auf seiner eigenen Seite stehen hier seine Themen, Integrationspolitik, Außenpolitik, Außenpolitik, also Außenpolitik wäre ihm naheliegender gewesen, auch wenn seine Außenpolitik furchtbar ist, Verkehrswende, NSU, Integration hier, Radikalisierung da, Rassismus, Islam einbürgern, die Verbände müssen sich bewegen, also ein bisschen noch was gegen Muslime, schützt unsere Jugend, legalisiert Cannabis, Völkermord nicht nur die Armenier, ja, als guter Türke muss er ja auch, als guter Türke in Deutschland muss er natürlich gegen die Türkei schießen. Okay. Okay, nichts mit Landwirtschaft, kein Wort von Landwirtschaft. Er hat sich durchgesetzt gegen Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter. Anton Hofreiter, dieser Mann kommt aus dem Thema. Er ist Diplombiologe, seit vielen, vielen Jahren eng mit verschiedenen Landwirtschaftsgremien und Landwirtschaftsverbänden in Zusammenarbeit und in engen Kontakten, war auch schon in verschiedener Regierungsverantwortung, in Verkehrswesen, in Stadtentwicklung, Landwirtschaft, auch eng bezogene Themen. Er hat verloren. Er ist eindeutig objektiv kompetenter. Ich weiß nicht, wer die bessere Politik machen wird oder so, ich kenne mich in Landwirtschaft nicht aus, aber rein von den Kompetenzen ist es eindeutig, dass er der bessere Mann gewesen wäre. Kleines Problem, er ist nicht divers genug. Er erfüllt nicht das Kriterium des Migrationshintergrundes. Dieser Mann, Cem Özdemir, erfüllt es aber. Er ist ja Türke, ja, in Deutschland geboren, aber türkische Herkunft. Und das ist natürlich eine super Sache. Endlich ein türkischer Minister. Repräsentation, Quote. Alle repräsentieren Migranten, Nicht-Migranten, Männer, Frauen. Am besten noch irgendwie divers. Was hat er hier noch aufgezählt? Realos, Linke, Ost-West. Also ich weiß nicht, wie viele Quoten man noch aufzählen könnte, sofern das mit den Männern und Frauen überhaupt stimmt. Bei den Grünen kann man ja nie wissen, wie die Verteilung von Männern und Frauen ist. Das ergibt sich ja nicht aus dem Aussehen oder dem Namen. Aber nehmen wir mal an, das wäre, sagen wir mal, konservativ traditionell. Dann wären es tatsächlich zwei Männer und drei Frauen. Cem Özdemir soll also jetzt irgendwie, die Migranten sollen sich gut fühlen. Endlich ein türkischer Minister in der deutschen Regierung. Ich habe zur Hälfte türkische Vorfahren. Ich fühle mich null, null gut dadurch, dass es jetzt einen mit türkischem Namen als Minister gibt. Und dann auch noch in einem Bereich, von dem er überhaupt keine Ahnung hat und zu dem er noch nie etwas gemacht hat. Er hat gar keine Kompetenzen in dem Bereich. Gar keine. Einfach nur, wir müssen ihn irgendwo reinsetzen. Er ist bei uns eine wichtige Figur. Er hat auch Migrationshintergrund, wäre toll für die Partei. Er hat auch Leute, die ihn mögen in der Partei. Er hat eine gewisse Macht. Also geben wir ihm irgendeinen Minister. Ist ja auch egal, irgendeinen Ministeramt. Das ist eine ziemliche Katastrophe, dass das auf diese Weise verteilt wird. Wir werden das bei den anderen auch sehen. Ich sage nicht, dass die Quoten das einzige Problem sind. Überhaupt nicht. Auch bevor es diesen Quotenwahn gab, mit Männer, Frauen, was ja in unsere ganzen Gesellschaft reinschlägt, oder mit Migranten, Nicht-Migranten. Auch davor schon, wo die berühmten nur weißen Männer die Ministerien bekommen haben. Auch da ging es nicht um Kompetenz, sondern es ging um Macht und wer welche Machtansprüche geltend machen kann. Aber zusätzlich haben wir jetzt dieses Quotenproblem, was uns nur Ärger schafft und noch weiter das System entfernt von Kompetenz Richtung Repräsentation. Und dieses Problem sorgt eben dafür, dass wir jetzt Baerbock haben und Baerbock sitzt dann im Treffen neben Lavrov. Und Lavrov sagt dann, ja, die Deutschen, die kann man komplett vergessen. Gucken wir mal, welchen die Außenminister die aufgestellt haben. Ich habe es im letzten Video gesagt. 80 Millionen Menschen, darunter absolut mehrere Tausend, das kann ich euch garantieren, mehrere Tausend Deutsche, die besser gewesen wären, das deutsche Volk im Ausland zu repräsentieren. Was ist die Auslandspolitik, die Außenpolitik von Annalena Baerbock? Abgesehen davon, dass sie keine hat, weil das nie ihr Thema war. Wir haben es im Wahlkampf gesehen. Bindung an USA, Bindung an Europa, gegen Russland, gegen China, gegen Gas aus Russland. Wir wollen Gas aus den USA. Die Gaspreise sollen teurer werden, deswegen Russland, aber trotzdem USA. Das war die ganze Zeit ihr Tenor. Warum hat nicht einfach, ganz offiziell, das wäre ehrlich gewesen, die amerikanische Botschaft, ihren Abgesandten geschickt und dieser Abgesandte wäre dann unser Außenminister geworden. Das wäre in Ordnung gewesen. Stattdessen müssen wir jetzt hier so eine amerikanische Puppe, die null Kompetenz in diesem Bereich aufweist, als Außenministerin mittragen. Das ist ein Drama. Das ist eine Beschleunigung des Verfalls und des Ansehensverfalls Deutschlands im Ausland. Wir werden immer weniger bedeuten mit so einer Art von Auslandspolitik, die keinerlei unserer Interessen vertritt, die nur Blockinteressen der Amerikaner vertritt. Und wir Deutsche müssen wieder davon herhalten, wir können uns nicht befreien von den Amerikanern. Und dafür ist auch so eine Quotenpolitik, so eine Quotenpolitik beschleunigt das Ganze und macht das Ganze immer weiter zu einer fatalen Regierung. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.